Ein unerwarteter Wendepunkt in den Spielen von Eintracht Frankfurt. Das wird Sie überraschen. Was in den letzten Spielen unseres Teams passiert ist, wird von allen diskutiert. Eine ungewöhnliche Situation, die niemand erwartet hat, aber alles ändern kann. Adler Tolger, bevor wir uns in diese Wendung begeben, denken Sie daran, Ihr Like zu hinterlassen, um auf dem Laufenden zu bleiben und exklusive Nachrichten über unseren geliebten Verein zu erhalten. In den letzten Spielen ist etwas aufgefallen, was selbst die engagiertersten Fans nicht erwartet haben. Und das betrifft unseren Spieler, der in den Spielen eine Schlüsselrolle gespielt hat, Mario Götze. Götze hat in letzter Zeit viele gelbe Karten erhalten, insbesondere aufgrund von Reklamationen auf dem Spielfeld. Unser Sportdirektor Markus Kösche hat eine überraschende Aussage gemacht und die Schiedsrichter für diese Situation verantwortlich gemacht. Noch interessanter ist, dass die Anzahl der Fouls gegen Götze erheblich zugenommen hat. Der Spieler wird häufig gefoult, und viele dieser Fouls werden nicht geahndet. Das ärgert Götze. Die Statistiken zeigen, dass die Anzahl der Fouls von 1,4 alle 90 Minuten in der vorherigen Saison auf 3,1 in der aktuellen Saison gestiegen ist. Kösche hat nicht nur Götze verteidigt, sondern auch die Schiedsrichter gebeten, die Spieler, wie Götze, besser zu schützen und insbesondere nach der gelb-roten Karte im Spiel gegen den VfL Wolfsburg genauer hinzusehen. Was diese Situation noch interessanter macht, ist, dass Kösche die emotionalen Reaktionen von Götze auf Schiedsrichterentscheidungen versteht und dies im Fußball für normal hält. Adler Tolger, ich möchte Ihre Meinung in den Kommentaren hören. Was halten Sie von dieser gesamten Situation? Endlich haben Sie keine Angst mehr und sagen, was Sie denken, ohne Zurückhaltung. Ich glaube, um Veränderungen herbeizuführen, muss man die Dinge offen ansprechen. Vergessen Sie nicht, Ihr Like zu hinterlassen, um unseren Herzensverein zu unterstützen und abonnieren Sie, um keine Aktualisierungen zu verpassen. Bleiben Sie dran, denn ich werde jederzeit zurück sein. Ich erwarte Sie im nächsten Video.